Lange ist es her, doch nun geht es endlich weiter mit FNAF 2 und Nacht 6. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ging, aber ich werde mein Bestes geben, okay? Vielleicht habe ich es im ersten Mal, vielleicht habe ich es im ersten Zehnten. Wir werden es herausfinden. So, wie funktioniert das Spiel nochmal? Ich muss hier lang, genau. Hallo, hallo. Es gibt einen Call? Was ist ein Memo? Was? Okay. For now, just make it through the night. When a place eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. Okay. Good night and good luck. Okay. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren, falls man es merkt. Oh, hi Freddy. Das sollte klappen. Ich glaube es. Wenn ich so lange aufhabe, habe ich das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Oh man. Oh ja, ich mache was falsch, weil Foxy lebt noch. Ich meine, klar, der lebt die ganze Zeit, aber... Ich will nicht, dass er da ist. Fistig. Hi. Na? Stiegs aus dem Mund. Fistig mal. Ich muss eine Zahnspanne tragen. Der ist in Art nicht gesagt. Ich leuchte immer nur so ganz leicht. Ich weiß, dass es Golden Freddy's im Spiel gibt. Und wenn man den zu lange anleuchtet und die ganze Zeit anleuchtet... Dann... ... hast du ein leichtes Problem. Nee! Wehe. Wehe. Wehe, ich bin tot. Fuck! Alter, nee! Ich sh-shake gerade ein wenig. Wenn ich ehrlich bin... Oh, fick dich, du Wichser. Ist er weg. Er ist weg. Alter, das war knapp. Das war ultra knapp. Hi. Hi. Alter. Okay, ich schaue Gold Freddy nicht. Ich habe Glück. Der könnte dann Run nämlich... ...zerstören. Hi. Okay, läuft gut. Hi. Okay, bisher ist es eben nicht immer nur das gleiche Prinzip. Und ich habe bisher ganz viel Glück. Ich habe nur Angst wegen der Musikbox. Deswegen der noch sterbe. Fuck. Ich treffe die Dinger nie. Scheiße. Ja, das war klar. Ja, das war klar. Ich wusste, dass du da bist. Ich wusste es. Bist dich? Deutschica. Nicht. Fuck! Wehe. Nein, das war gut. Das war gut. Das war gut. Halt die Fresse. Das war gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da ist jemand drin. Scheiße. Fick dich. Fick dich. Alter. Ich fasse es gerade nicht. Ich bin, ich bin gerade voll gut. Wind up. Musikbox. Das war gut. Halte mal. Das war gut. Oh mein Gott. Ich gucke immer nach links, weil ich nervös bin. Fuck. Ich bin tot. Ich lebe noch. Das ist Feuer, wenn du das... Also nicht erst, aber... Ja, weiß nicht, ob es erst ist, aber... Das ist gleich falsch. Das ist Pfeiffer, ja, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, ich schaffe den First Try. Ich wüsste gar nicht, wie mein Herz gerade abgeht. Piss dich. Mach beilig, beilig, beilig. Toy Bonnie kommt immer nur selten. Das ist sehr selten, halt. Was natürlich gut ist. Oh fuck! Habt ihr es gesehen? Da war Golden Freddy. Hätte ich ihn nicht angeleuchtet, dann wäre ich tot. Also wenn er bei mir sitzt... Dann darf ich nicht anleuchten. Gar nicht. Kein einziges Mal. Und wenn er im Hall ist, darf ich ihn nur einmal anleuchten. Damit ich es halt... Ich muss halt anleuchten im Hall, damit ich überhaupt sehe, ob er da ist. Deshalb darf ich ihn einmal anleuchten. Oh fuck. Es war so knapp. Es tut mir so leid. Es war so knapp. Oh fuck, was war das? Ach so, wenn da jemand reinkommt, in den Raum, wo ich gerade in die Kamera keingucke. Warum gehst du nicht, Foxy? Der Tod von mir gerade. Alter. So scheiße. Ich versuche mal mein allerbestes, mich zu konzentrieren. Weil nun überhaupt immer ewig lange, bis er geht. Das ist gewollt so. Weil er ist ein Arschloch. Und ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Es gibt nämlich auch... By the way, ich erwähne das einfach mal, weil es... Wann soll ich es sonst eh erwähnen? Irgendwann, da... Ich hab nie sonst Zeit, das zu erwähnen. Es gibt drei Secret Characters in diesem Spiel. Und zwar gibt es einmal ein Endoskelett. Ein... JJ, das ist Balloon Boy. Aber das Mädchen, die ist unter dem Table. Also unter dem Tisch hier bei mir. Und es gibt... Phantom Bonnie, der das Spiel crashed. Toller Charakter, der das Spiel crashed, oder? Ja, finde ich auch. Heißt? Kann er hier? Ich weiß, ob die irgendeine Wurstbysode zeigen werde. Versuch mir zu encountern oder so, ne? Weiß ich noch nicht. Ah, die war bei mir. Okay. Und dann. Ich weiß nicht. Ah, die war bei mir. Ich weiß nicht. Was ist denn alles? Geht aber oder? Nein. Ich bin irgendwie am Zittern. Ich hab den nicht erwartet, ich hab den geschafft. Foxy. Men ist da. Da ist egal was ist. Lass ihn nicht rein. Ich kann das Spiel euch schaffen, es bringt nichts. 1 geht es das war bei dem vater habe ich das richtig sehen bei der grönen ferni oder täuschen meine augen ich dachte gleich die tue golden fertig mit dem kreuz gesehen so sollte sein kopf oder nicht nicht dauert das kommt da war da war da war da war noch hundertprozentig hat den gesehen mängel ist da eine menge habt ihr immer noch kurz zeit wie geht's ich bin der echte fred bär also bist ich mein gott mit diesem faker alle kinder das nicht irgendjemand faken will und sagen ja ich bin der echte wir sind es natürlich gar nicht mein gott was soll so was soll das aber ich habe gesagt ich habe es ist Das ist mehr ein gut, okay. Das ist 4AM, glaub ich. Focci, focci, ich wusste, focci kommt jetzt und flieg mich. Ich fick dich aber. 5AM. Täuscht dir geht eigentlich relativ schnell, wie ihr hört. Oder wie ihr... Seht, wat?! Ich bin tot. Was hätte ich machen sollen? Hä? Was? Der ist die. Da ist Golden Freddy auf dem Boden, oder? Oh, hi. Ich bin hessiger Freddy, ich folge dir mal. Was ist das hier? Und wer röpst denn die ganze Zeit? Warte, ich hab so verkackt, warum? Was soll ich denn machen? Wenn ihr nicht weg gehts? Ich sag noch so, ja, Täuschika geht eigentlich immer früher und schneller. Ja, haben wir ihn gesehen. Wo geht's denn lang? Ist überall gelöst. Willst du mich töten? Oh, ein Geschenk. Hallo. Ein Geschenk. Gibt mir da noch rein. Ist das nicht? Okay. Tolles Spiel. Was soll ich machen? Hi, na? Wie geht's? Okay. Let's fucking go. Ich will es jetzt auch durch haben. Es ist jetzt 23 Uhr. Ich hab mal um Schule. Ich dachte mir so, ja, komm. Ich werd's im First Try vielleicht im Second Try schaffen. Mützi meint's auch. Ja, wird's eigentlich easy. Ich hab's im First Try geschafft. Wie? Mützi. Wie? Wie? Was wir genauer? Ich hab's auf ihn raus schießen. Das weiß ich nicht. Das nervt mich. Ich hab's nicht gesagt, du sollst gehen. Ich hab's nicht kurz. Vielleicht noch lange. Ja, was ist weg. Hey, Freddy. Na? Wie ist das auch? Das ist auch gut für euch. Das ist auch gut für euch. Das ist auch gut für dich. Das ist auch gut für euch wieder. Das ist auch gut für euch wieder. Ich hab's nicht versenkt. Das ist weg. 20 Minuten vielleicht. Ja, das seh ich. Oh, bist du? Das ist gar nicht so kurz. Das ist gar nicht so kurz. Das ist gar nicht so kurz. Das ist gar keine so lange Folge. Weg dich. Boxt. Nein. Ah, da war's nicht. Ich wollte gerade fragen. Ich wollte gerade fragen, warte. Ich wollte gerade fragen, warte. Ich wollte gerade fragen, warte. Ich wollte gerade 20 Minuten. Falls ich das jetzt nicht schaffe. Man hat aber die Rechte mit nie. Auch wenn er nur treu Bonny kommt, halt. Menge die man einfach. Was ist gar nicht? Wenn von Bonny mich da ist? Ich weiß ich nicht. Was? Ich hab's keine mehr oder was? Fuck, die Mann. Wir wollten die Musik aus. Fuck. Kommt das auch an auf nicht. Kommt das auch noch kurz. Kommt das noch kurz haben wir sagen. Die nächste Bälle. Nächste Waffe. Ihr kommt die Make-U-Mann. Jetzt kommt die 2. Jetzt gibt's noch einmal. Jetzt gibt's noch 2. Jede, jede.. Jede Stunde eine Wave. ist weg. Fuck, ich hab nicht geguckt. Ich wollte gucken, nicht reingucken. Ich bin so tot. Fuck, sie wird mich quälen. Ich hab nicht quälen. Oh, was soll denn das? Mit sich's Worte hab ich ein First-Try geschafft. Aha. Foxy? Ich wusste es. Ich wusste es. Fick dich! Fick dich! Da war er gerade. Da war gerade ein Freddy. Da war gerade ein Freddy. Schon wieder. Jetzt ist er weg. Goldfelliebender. Goldenberg natürlich mal nicht. Ich habe mich ja Goldenberg genannt. Goldenberg. Fick dich! Fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war Golden Freddy. Und nicht Foxy. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Das sieht nicht so aus. Bisher bin ich noch nicht tot, oder? Ich habe das Gefühl, dass man nun wieder kommt. Ich zitter wirklich gerade. Ich bin gerade wirklich. Ich habe nur wirklich Angst. Dass ich wieder verliere. Ich würde es jetzt schaffen. Ich bin tot. 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 aufgenommen so ich kann sich auf den chat achten aber dafür brauche ich 15 minuten und das von so jetzt geht's los am schweigen okay boxy fox ist so ein arschloch mit sie jetzt könnt ihr auch von hier kommen niemand der fucking wichser war da nach 6 immer noch im first try geschafft was muss ich aufgeregt leute aufzuregen also aufgeregt zu machen dass ich meine von energie und zu bruder was mache ich kein focus ist dann jemand da ich habe das gefühl von irgendwas von mir er muss passieren wie gar nichts das ist krass jetzt sage ich jetzt kommt in der moment fucking foxy kann man bitte irgendwie so ein gegner von mir kommen dann kann ich nämlich kurz in den chat schauen der mauer ist immer so wenn jemand im chat wenn ich wenn jemand bei mir ist dann ist den schiffen kann nun bei braucht wenn jemand in tschechnis hat man braucht man immer richtig viel geduld nach 6 er ist einfach eine taktik macht nach sieben sterbe ich immer instanz okay So immer wieder aufhören damit ich foxy flashen kann alles gut ich habe das nicht echt die kann dir nicht wie du dr. Puppet isn't real you can't hurt you Puppet? oh nein Balloonboy ist er weg? ist er weg lol ja moin und hi weg mit dir fuck ist er weg? niemand da ok super wow das bin ich jetzt wirklich erschrocken ok weg niemand da nein aber die Pappe ist fuck geht weg lass weg lass weg lass weg Alles gut, Kissenzenpipe, aber das ist nicht echt. So, Fox nicht da ist. Der müsste jetzt eigentlich wieder da sein. Nein, geh weg, Foxy! Foxy! Der Foxy killt mich immer. Feuer, Jem. Fick dich, Foxy. Bye. Bye. Foxy wird mich killen, glaube ich. Bist du weg? What the fuck? Game over, nein, noch nicht. Noch bin ich am Leben. I'm still alive. Feuer, Jem. Das ist gut. Okay. Five, Jem. Das ist schon five, Jem. Und Balloon Ball kommt nicht. Das finde ich gut. Das finde ich super. Okay. Okay. Mangle, come on. Ich glaube, ich schaff's sogar, er ist nicht, endlich. Ich fang an zu streamen und auf einmal schaffe ich es sofort. Aber da war Foxy. Ich hab's gesehen, aber jetzt ist er weg. Okay. Ah, hi. Weg. Okay. Oh, super. Ich hab' jetzt verkackt. Ich hab' jetzt wirklich verkackt. Weil ich hab' die Musikbox ganz unten. Und so. Oh. Oh. After being only open for a few short. Relext. Fest. 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 Metbernippus. Ah, bla, bla. Die machen wieder zu. Mal wieder. Super. Das ist auch einfach, uns vorher eine halbe Stunde frustrieren. Okay, Leute, aber das war's dann mit dieser Folge. Wenn's euch gefallen hat, dann auf jeden Fall, nächstes Mal vorbei. Und in den nächsten Folgen werden alle Challenges! Haut rein! Ich will sterben.